Es war schwer. Es war vorwärts und vorwärts. Es war ein ungewöhnliches Spiel. Ich glaube, wir hatten eine gute 2. Hälfte. Wir sollten uns gewonnen haben. Wir haben uns zu viele Chancen gewonnen, um das 1. Goal zu scoren. Wir haben 2 in der Post. Es ist gut, dass es da drin ist. Aber es könnte ein besseres Ergebnis sein. Er hat auch Verantwortung übernommen. Das gefällt mir besonders gut, weil er spricht und mitdirigiert. Das tut uns sehr gut. Wenn ich Angst bin, spreche ich Englisch. Und wenn ich nicht kann, versuche ich Englisch zu sprechen. Manchmal verliere ich es. Und ich beginne auch Englisch zu sprechen. Mit dem Schiedsrichter hat er Englisch gesprochen. Mit uns hat er Deutsch gesprochen. Im Endeffekt ist es auch egal, was er für eine Sprache spricht. Es gibt Kommandos, ob das auf Englisch oder auf Deutsch ist. Das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass man diese Verantwortung übernimmt. Und das ist gut, wenn sich das auf mehreren Schultern verteilt. Ich lerne immer noch meine Team-Mate. Ich habe jetzt die Namen. Jetzt sind es die Lieblingsmögen. Witz-Leggen und so weiter. Und die Taktik. Ich bin glücklich, aber ich habe einen langen Weg zu gehen.